Hallöchen liebe Pottler, Pottis und Pottlinge, groß und klein. Ich habe einfach mal auf mein kleines Zechenherz gehört und habe einfach einen kleinen Abstecher zum Bergwerk Prosperhaniel gemacht. Tja, was soll ich sagen? Und ihr seht richtig. Guckt mal genau hin da oben. Die Seilscheiben drehen sich. Hier ist noch was los unter Tage. Hier fahren noch die Kumpel ins Bergwerk ein. Tja, noch, ne? Doch Ende des Jahres ist Schluss. Aus, Ende und vorbei. Das war's, die letzte Schicht naht. Jetzt ist Strukturwandel mittendrin und voll dabei. Was bleibt, ist jede Menge Wehmut. Und vor allem Stolz. Glück auf Kumpel. Glück auf. Erst jetzt, was Geld drauf mit dazu fallen? So economisch. Tschüss, was geht mal mit? Vers